Willkommen zurück zu Splatoon 3, okay let's go, ja nimmt auf, ja, war kurz der Ton aus, aber den haben wir, zum Glück habe ich es schnell gesehen, ich wollte da zurück, warum ich überhaupt da hin wollte, aber ja, ich wollte ja erstmal in die Mitte und dann waren da schon die Gegner, die haben die Ulti gezündet, ne, jetzt konnte ich ausweichen, aber die setzen echt viele Ultis, die setzen echt viele Ultis. Jetzt kommen wir mal wieder zurück, ja, okay, da ist was, da wäre was, nehmen wir das mal mit, was hier ist, aber da kann man auch hoch in den Modus, Ja, komm her, warte, weg da, weg da, ja, okay, gut, ja, komm da hin, hopp, komm her, warte, äh, hallo, hallo, Team, ja, die brauche ich nicht nehmen, wenn wir jetzt nicht durchkommen. Nee, nee, komm, naja, wie viele Gegner, ich sehe nur gegnerische Tinte, nur Orange, kein Blau, ne, nur Orange, aber okay, wow, ja, reicht dann auch schon irgendwann. Hallo, wir haben zwei Stück davon, ey, wir treffen den nicht mal, das ist ja die Frechheit daran. Jetzt push mal ein bisschen, hopp, ja, sehr gut, wir gehen weiter nach vorne, hopp, 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 komm her, hopp, 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 komm, hab ich, nein, leider nicht. Komm her, da, jetzt komm her, jetzt komm her, ja, schade, aber offen ist noch nicht, deswegen kann ich leider nicht reinhauen, wäre halt jetzt perfekt, wenn ich reinhauen könnte. Wir müssen halt nur einmal irgendwie reinhauen, kriegen wir aber nicht hin, warte, jetzt hopp, dass sie nicht vordringen, okay, leider nicht getroffen, ja, hab ich, ist aber leider wieder offen, hopp, ja, haben wir. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, ja, wir müssen schon auch ein bisschen was tun als Team, okay, du gehst da lang, warum auch immer, hopp, ja, gut, okay, wir haben eh genug, die da durch können, so ist es nicht. Jetzt komm mal von da. Ah, schade, warte, ich hätte selber einen, hopp, hab ich, ja, offen ist, macht mal, macht doch, ja, noch einer, komm, bitte, bitte, ja, wir müssen noch einmal aufmachen, hopp, ja, stark, 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 ähm, dann da, dann da, wo habe ich noch welche, da hinten, ja, sehr stark, dann alle, hopp, komm, nein, oh, der liegt da jetzt, wie bitte, sie, aber okay, wir können noch, oder, wir werden ziehen. Jetzt komm, komm, du mal da, her, komm, 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 ja, ja, das haben wir, warte, komm her, ja, sehr gut, Team, Nimm. Da musst du es schon auch ankündigen. Komm her. Warte. Hopp. Komm her. Ah, schade. Nee, haben wir verloren. Ich meine, wir hatten da eine Phase, da hätte ich reintreffen müssen. Dann hätten wir es. Aber okay. Habe leider nicht getroffen. Ist bitter, aber okay. Ist halt so. Jetzt holen wir uns noch den Minuspunkt ab. Aber vielleicht klappt es ja. In der nächsten Runde. Bis gleich. Bis gleich. Weiter geht's. Wieder auf dem Schnäppchen-Bazaar. Ja, nimm dir. Nimm dir. Wollt ihr nicht? Ich lasse mal die anderen zuerst, weil die haben schon welche. Hopp. Ja. Im Notfall gebe ich denen halt noch was. Ah, schade. Warte, da. Ja. Komm her. Nach oben, bitte. Hopp. Schnell. Ja, haben wir. Den haben wir. Hopp. Weiter. Jetzt hier oben bleiben. Linie ziehen. Nicht zurückdrängen lassen, vor allem. Ja. Hopp. Hopp. Komm her. Jetzt nachfüllen. Komm. Ja, zurück, zurück. Und vor. Warte, die drei hier lachen mich an. Da haben wir sechs Stück. Komm ich wieder hoch. Aber hier. Ja. Komm her. Warte, hallo Team. Ihr könnt doch nicht so einfach. Komm her. Ja, hat er gut gemacht. Irgendwie haben das manche von meinem Team verschlafen. Ich wollte noch eingreifen. War aber zu weit weg. Oh, danke. Ja, aber die gehen ja gleich auf mich. Hallo. Ja, komm her. Komm her. Oh, was ist das? Komm Team. Das schaffen wir schon als Team. Jetzt. Ah, ging er? Ja, kann sich denn jemand nehmen? Hallo. Wo seid ihr? Nimm dir den doch. Bro. Wie sich denn keiner nimmt? Ja, ich kann da nicht vor. Auf mich werden sie als Erster gehen. Danke. Ja, lass ihn mal reinhauen. Okay. Jetzt ein bisschen vor vielleicht. Ja. Hopp. 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 Komm. Komm. Und jetzt. Let's go. Nein. Mann. Team. Wo seid ihr? Ganz ehrlich. Was ist das vom Team? Kannst du so nicht spielen als Team? Wenn ich den Support nicht bekomme vom Team, kannst du vergessen. Ja, da hoch. Ja, jetzt kommt her. Gibt's doch nicht. Natürlich gehen sie auf mich. Aber wenn das Team da nichts macht. Ich weiß nicht. Alleine, dass sie da vorher schon ewig gebraucht haben, um die Supermuschel zu nehmen, weil ich kann ja nicht zwei nehmen. Ich kann immer nur eine nehmen. Hopp. Komm. Jetzt holen wir uns mal den hier. Aber der macht es auch nicht so gut. Hopp. Manchmal schon, aber nicht immer. Ja, mir fehlen noch welche. Jetzt werde ich drauf gehen. Komm. Ja. Und dann von hinten einer. Danke, Team. Danke, Team. Also, die Unterstützung könnte nicht besser sein. Hopp. Komm her. Her wieder. Ja. Let's go. Hat überhaupt irgendeiner genug Muscheln? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Nein. Hopp. Hier würde noch eine. Ja. Wenn da nicht immer die Gegner wären. Ich frage mich, wo die beiden? Warum sind die so weit auseinander? Jetzt macht mal hinten wieder zu. Hallo, der trifft doch wieder rein. Vor allem, dass ich den nicht treffe, das ist auch wieder größer Betrug. Ja, lass sie doch machen. Ey, ganz ehrlich, Team. Was ist das? Ich könnte keine besseren Mitspieler für den Modus haben. Irgendwie ist das der Modus, der noch immer nicht verstanden wird. Dieses Gefühl habe ich. Nimm dir. Mann, wie er sich nicht nimmt. Jetzt komm rein da. Erschützen doch. Hallo. Ja, ich kann auch nicht alles aushalten. Können wir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Runde seht. Ich finde es nicht ganz gut vom Team. Am Ende, das war noch okay, weil da waren wir zu dritt in der Mitte. Wollten auch nach vorne pushen. Aber es ist dann zu. Gut. Das können wir aber wieder aufholen im letzten Kampf. Dann bist du gleich. Oh. Mahi, Mahi. Mahi, Mahi. Resort. Auch okay. Ah, das hat hier nur hier die Möglichkeit zum. Was? Geht das überhaupt? Im normalen Jahr. Also im Revierkampf. Da hat es irgendwie so komische Barrieren. Na, ist ja in jedem Modus anders. Da fehlt übrigens auch die Rampe. Ja. Konnten wir sogar verhindern. Okay. Na, das Gute ist ja, du kannst sieben Spiele verlieren und kriegst dann mit dem achten Sieg trotzdem einen Punkt mehr. Wie gesagt, das ist ganz nett gemacht. Jetzt komm her. Wenigstens den. Ja, die Muschel haben sie nicht mehr. Na, aber der andere Teamkollege war da. Dahinter. Macht er auf. Das ist unsere Aufgabe, das zu verhindern. Ganz klar. Warte. Oh, er ist. Getrunken. Ja, komm. Hopp. Hopp. Dann hopp, hopp. Hallo. Ja, das sind zwei. Ich hab mich nur auf den einen konzentriert und dann kam ein zweiter auf einmal. Wir führen. Schade, weil ich kann uns nicht helfen. Aber gut, weil der Gegner muss erst mal treffen. Da kommt man ja gar nicht hin. Da kommt man erst später hin. Mir fällt auf, die Map ist komplett anders. Da fehlt ja die ganze Mitte. Okay. Da kommt ihr jetzt erst. Also die Mitte hat mir gemacht. Die war immer das coole daran. Klar, der Wasserspiegel auch. Aus meiner Sicht war es eher die Mietchen. Hopp, komm her. Kann ich aufladen? Komm mal weg mit dir. Ja. Ja. Perfekt. Komm. Jetzt kommt her, Team. Hallo. Warte. Hopp. Lass mich kurz rein. Hä. Du kleiner, du kleiner, du. Ja. Ja, okay. Aber wir haben die 50. Das ist schon mal wichtig. Hopp. Warte, der mit dem Ball ist hier. Komm. Warte, der ist weiter vorne. Ja. Stark. Voller Fokus jetzt auf die mit den Bällen. Dass wir die schön wegkriegen. Komm. Jetzt komm her. Komm. Seitlich auch. Ja. Stark. Warte, kommen die? Nein. Komm nicht. Ist offen. Ah, ich hab nicht getroffen. Nah dran, aber doch nicht getroffen. Geht noch 1,40. Kausik werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Aber, ey, den nehme ich auch. Hopp, hopp, hopp. Komm her. Komm her. Hab ich. Ich zieh mich zurück. Ja. Gar nicht mal so schlechte Idee, sich da zurückzuziehen. Hopp. Warte, mach mal auf. Ja, ist offen. Drei noch. Drei große. Mach. Das wär's. Cool, cool, cool. Ja, hab ich. Hopp. Mach auf. Mach. Mach. Ja. Befundenes Fressen. Ja, aber wir haben diesen Countdown unten. Bisschen was muss noch gemacht werden bei uns. Vielleicht können wir diese paar Sekunden noch ablaufen lassen. Hopp. Den hole ich mir wieder. Da ist ein Gegner. Geh mal unter Druck setzen. Mhm. Hopp. Konzentriert euch mal auf den Vorderen. Nee, auf mich. Okay. Tschüss. Ja, meine ist mir egal, weil mein Teamkollege hat ja auch einen. Ah, der ist auch weg. Wir wurden gerade alle erwischt. Ja. Dann lassen wir die Zeit noch ablaufen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Was? Warum gibt's jetzt ne Verlängerung? Ah, weil der eine hat. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Ah, schade. Ja, bitte. Lauf ab. Nee, die haben jetzt... Ja, das war's. 80, 20. Okay, sehr gut. Nee, das haben wir jetzt gut gemacht. Das haben wir jetzt gut gemacht. Dann. Ja, klar, plus 8. Das heißt, ich hab heute plus 6 gut gemacht. Hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rutschlumpf. Tschüss.